Komm, weiter, weiter, weiter. Dürfen sich nicht umdrehen. Die Söhne dürfen sich jetzt gerade einfach nicht umdrehen. Okay, 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 okay. Da vorne ist Sperrgebiet bei den Soldaten. Durch, 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 durch. Scheiße, wow, scheiße. Lauf, 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 lauf. Oh, oh. Oh. No, es ist kein Spaß. Nein. Nein. Okay, wenigstens sind wir wieder hier. Scheiße. Glaub, weil da habe ich noch zwei. Spring. Komm. Nein. Ich bring dich um, Gülsün. Na ja. Na, wenigstens durfte ich mal meine Aggressionen an ihm auslassen. An Rogers und Hornigold. Der kleine Wichser. Ich hasse ihn. Ich hasse Rogers einfach mal. Hornigold ist ein genauso verlogener Bastard. Scheiße, Alter. Zwei von den fetten Leuten da schon um den rum. Lauf. Lauf. Ach, die kann ich auch killen, glaube ich. Nein. Die kann ich nicht killen. Nicht. Oh, nein. Wie geht's dir? Hey, was machst du da? Hey. Bist du mich scheuen, oder was? Fick dich. Du sollst meine belauscht ziehen. Ich bin mir lingen, du vollidiot. Hm. So geht's auch. Für dich ist mir der Schlafpfeiler auch nicht zu schade. Du hast bis jetzt immer dafür gesorgt, dass ich aufbeflogen bin, glaube ich. Ach nee, das war der da. Egal. Das war er. Dass sie da keinen Verdacht schöpfen. Naja, vielleicht hat er sich auch einfach nur totgesoffen, werden sie sich vermutlich denken. Okay. Bitte nein, 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 ich. Großmeister, willkommen. Buenas noches. Was habt ihr erfahren? Der Großmeister. Die Prinzessin wurde vor sechs Wochen von Piraten gekapert. Und soweit wir wissen, war Roberts der Weise noch an Bord. Sehr gut. Das ist doch was, oder? Und welche Maßnahmen ergreifen wir, um den Piraten die Prinzess wieder abzunehmen? Captain Hornigold schickte einige seiner besten Männer, um den Waisen zu fangen. Hm. Und wo befindet sich der Weise jetzt? Wisst ihr es? Afrika, Eure Exzellenz. Afrika? Mein Gott, die Winde sind dieser Route nicht geneigt. Ich pflichte euch bei, Großmeister. Ich könnte selbst hinwegeln. Eine meiner Sklavengalären könnte die Überfahrt sicher schnell bewältigen. Nein! Ah! Alter, der Typ ist aber mit seiner Axt auch nicht schlecht bewaffnet. Naja. Okay, kommt noch. Und welche Maßnahmen ergreifen wir, um den Piraten die Prinzess wieder abzunehmen? Captain Hornigold schickte einige seiner besten Männer, um den Waisen zu fangen. Und wo befindet sich der Weis? Wichtig. Afrika. Afrika. Nein. Pfff. Nein! Oh. Alter! Und welche Maßnahmen ergreifen wir, um den Piraten die Prinzess wieder abzunehmen? Captain Hornigold schickte einige seiner besten Männer, um den Waisen zu fangen. Where do you think you're going? Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Captain Hornigold schickte einige seiner besten Männer, um den Waisen zu fangen. Und wo befindet sich der Weise jetzt? Wisst ihr es? Afrika, euer Stilentz. Du stirbst. Nein! Nein! Mein Gott, ich finde es in dieser Route nicht geneigt. Ich pflichte euch bei, Großmeister. Ich könnte selbst hinwegeln. Eine meiner Sklavengalären könnte die Überfahrt nicht ganz schnell bewältigen. Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Lauf. Ich sehe keinen Unterschied darin, einige Männer zu versklaven oder alle. Unser Ziel ist es, den Kurs der gesamten Zivilisation zu steuern. Richtig? Ein versklavter Körper verleitet den Geist zur Rebellion, aber versklave den Geist und der Körper wird folgen. Das ist effizient. Wohl gesprochen, Großmeister. Ja, genau, mach ich auch immer so. Ich hab voll verstanden, was ihr wollt. Ja, ist da jetzt noch Gespräch? Ich oder nicht mehr? Nein! Das ist nicht wahr. Dieses, diese scheiß Grobiane, ne? Ich verkack immer an den. Nein, ich will von vorne. Ja, ich will von vorne. Ja, ich will von vorne. Und wo befindet sich der Weise jetzt? Wisst ihr es? Afrika, eure Exzellenz. Afrika? Mein Gott. Die Bände sind dieser Route nicht geneigt. Ich pflichte euch bei, Großmeister. Ich könnte selbst hinsegeln. Eine meiner Sklavengalären könnte die Überfahrt sicher schnell bewältigen. Sklavengaläre? Käpt, ich bat euch doch, diese kranken Behinderung zu schaffen. Ich sehe keinen Unterschied darin, einige Männer zu versklaven oder alle. Unser Ziel ist es, den Kurs der gesamten Zivilisation zu steuern. Wendlich? Ein versklavter Körper verleitet den Geist zur Rebellion. Aber versklavter der Geist. Und der Körper wird folgen. Nein! Mann, die merken das doch nicht, ob ich da kämpfe oder nicht. Fuck damn. Okay, ich darf schon mal niemanden töten. Okay, nächste Regel. Ach Leute, fickt euch doch einfach. Fickt euch doch einfach in den Puppen. Weißt du was? Ich mach's einfach mal. Das! Ach, wie geil. Kann ich mich auch verstecken. Und wo befindet sich der Weiße jetzt? Wisst ihr es? Afrika, eure Exzellenz. Afrika! Afrika! Mein Gott, wie bist du dieser Route nicht geneigt? Ich pflichte euch bei, Großmeister. Ich könnte selbst hinsegeln. Eine meiner Sklavengalären könnte die Überfahrt sicher schnell bewältigen. Sklavengaläre? Käpt, ich bat euch doch, diese kranken Behinderung zu schaffen. Ich sehe keinen Unterschied darin, einige Männer zu versklaven oder alle. Ja, ja, ja. Unser Ziel ist es, den Coast der gesamten Zivilisation zu steuern. Richtig? Wen erschießen die hier eigentlich die ganze Zeit? Einer Sklaven, der Kampel, der Geist zur Rebellion, aber versklaven der Geist. Und der Körper wird Volk. Das ist effizient. Wohlgesprochen, Großmeister. Nein! Oh! Scheiße! Ja! Fick dich! Stopp! Was? Alter, ich hab den... Ehrlich. 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 Braven. Captain Hornigold schickte einige seiner besten Männer, um den Weisen zu fangen. Und wo befindet sich der Weise jetzt? Wisst ihr es? Afrika, eure Exzellenz. Afrika? Mein Gott. Ich finde, sind dieser Route nicht geneigt worden. Ich pflichte euch bei, Großmeister. Ich könnte selbst hinsegeln. Eine meiner Sklavengalerien könnte die Überfahrt sicher schnell bewältigen. Sklavengaler? Cap, ich bat euch doch, diese Krankenbeheklapp zu schaffen. Ich sehe es als Unterschiede, einige Männer zu versklaven, oder alle. Unser Ziel ist es, den Kurs der gesamten Zivilisation zu steuern. Richtig? Ein versklavener Körper verleiht den Geist zur Rebellion. Aber versklavene Geist und der Körper wird folgen. Das ist die Fizie. Oh, mein Gott, Großmeister. Nein. Er ist mir. Wir schauen uns das. Hey, was denkst du, du... Hochlauf! Nein! Oh. Warum? Und welche Maßnahmen ergreifen wir um den Piraten? Warum? Warum? Captain Hornigold schickte einige seiner besten Männer, um den Weisen zu fangen. Und wo befindet sich der Weisen? Nein! Afrika, Freunde, Exzellenz. Afrika? Mein Gott, die Wände sind dieser Route nicht geneigt. Ich pflichte euch bei, Großmeister. Ich setze, Teamsegel. Eine meiner Sklavengalerien... Oh, oh. ... hat sicher schnell bewältigt. Sklavengalere? Na, toll. Okay, ich darf die Pistole nicht benutzen, so wie es aussieht. Das ist nicht so vorteilhaft. Und welche Maßnahmen ergreifen wir um den Piraten, die Prinzessin? Captain Hornigold schickte einige seiner besten Männer, um den Weisen zu fangen. Blah, 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 blah. Und wo befindet sich der Weisen? Nein! Wisst ihr es? Afrika, eure Exzellenz. Afrika? Dein Gott, die Wände sind dieser Route nicht geneigt. Ich pflichte euch bei, Großmeister. Ich könnte selbst hinregeln. Eine meiner Sklavengalerien könnte die Überfahrt sicher schnell bewältigen. Sklavengalere? Oh, ja, du Scheißer, du Wichser. Ich sehe keinen Unterschied darin, einige Männer zu versklaven oder alle. Oh, oh. Ich sehe keinen Unterschied darin, einige Männer zu versklaven oder alle. Unser Ziel ist es, den Kurs der gesamten Zivilisation zu steuern. Richtig? Nein, komm, bitte! Wollt ihr das Gespräch jetzt fortführen? Äh, erinnert er mich. Wo in Afrika suchen wir genau? Principe, Captain. Eine kleine Insel. Wir entsandten zwei unserer Besten. Burgess und Cochrane. Freibeuter mit schnellen Schiffen und starkem Willen. Edward Canway! Welch eine Überraschung, deine Jackdaw hier vor Anker zu sehen! Hast du gehört, was du hören wolltest? Wrettest du nun den Weisen aus unseren gierigen Händen? Wollt ich die Pestverräter! Du hast uns hintergangen, weil ich einen besseren Weg fand. Bei den Templern herrscht Ordnung, Disziplin, Struktur. Doch dir fehlt jeder Sinn für dergleichen. Mach's gut, alter Freund. Wer du einst ein Kämpfer warst, du kämpftest für etwas Wahres. Etwas Größeres als dich selbst. Ach, du Schande. Du kleiner mieser Drecksack! Verrück! Ja! Ha! Stirb! Da, du! Verrück! Ah, nein! Scheiße! Alter, sind die gut! Scheiße! Alter! Was? Nein! Was? Irgendwie braucht man für so Massenkämpfe tatsächlich die Schwerter. Ich wollte eigentlich gerne mit verstecken. You're dead! Ha! Alter, was? Ah! Geht bei dir denn bitte schief, Junge! Wer ist dead? Du bist dead, alter! Yo, dead is dead! Was? Ah, schlecht was. So. Wo ist der Rest von euch? Verrättern! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße, ach du Scheiße, Mensch, die Schild, Mensch, die Schild. Nein! What the hell? What the fucking hell? Ich habe mir das Gefühl, die Musik ist sonderlich leise, oder? Ich möchte die Musik gerade mal gleich lauter machen. Na, stirbt doch. So, wer zum Berserker? Lauf! Lauf, Erwart! Na! Nein! Boah! Alter, was war das denn gerade? Alter, wie geil war das denn bitte gerade? Stirb! Na! Nein! Nein! Nein, 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 da bin ich doch gar nicht hin. Na! Bam, so geht's auch. Lauf! Alter, wie geil. 100% Zukundation. Wow! Mega krasse Kampfschleich. Alter, es war alles dabei. Mega geile Mission, mega geile Mission. Ja, so. Wir setzen das Ganze fort, aber dann verabschiede ich mich auch, denke ich, äh, für diese Aufnahme. Aber erstmal noch schauen, ob noch irgendeine... Nein, es kommt keine Videosequenz mehr. Okay. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Mission, äh, für diese Session. Und sage, bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed 4. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.